willkommen zurück bei overlord wir sind das letzte mal in den dunklen welt gekommen und haben nun die aufgabe die grünen schergen zu befreien und genau das werden wir jetzt auch tun da sind jetzt käfer die können wir zum fahren benutzen sobald ich die grünen habe sobald ich wieder weiß wo ich hin muss genau wir wollten oder wie er heißt genau wir wollen unsere schäden kümmern ja 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 alles klar ich würde sagen die maler nehmen wir noch mit frage warum ich das nicht beim jetzt mal noch eingesammelt habe aber sei es drum aber wenn wir jetzt die grünen haben dann kriegen können wir nämlich auch in himmelsspitze glaube ich weiter und haben wir mal und ich habe rausgefunden wie man die zauber wechselt tatsächlich mit den f-tasten wer hätte gedacht dass es tatsächlich so einfach ist aber wenn man das nicht weiß es ist auch glaube ich sehr lange her dass ich mein spiel hatte wo f-tasten tatsächlich was nützliches drauf war kann ich mich nämlich nicht daran erinnern okay dann was die danische höhle irgendwo hier müssen sich die grünen schergen ein zuhause eingerichtet haben folgen okay da ja über eine gute beobachtungsgabe verfügt ist euch sicher schon aufgefallen dass die grünen immun gegengifte sind er kommt auf mich zu er kommt auf mich zu das ist grüne lebenskraft nutzt sie dazu grüne schergen an eure seite zu rufen sie können auch die pflanzen zerstören von denen dieser giftige dunst ausgeht wir haben so noch nicht gemacht ich dachte ich könnte schon welche rufen das geht tatsächlich relativ easy wir haben eine gute gute anzahl anstelle machen uns die käfer keine probleme noch ich will es nicht beschwören noch noch okay Irgends, da komme ich nicht durch. Da soll ich auch nicht durch. Aber da kann ich durch. Sogar böse Kreaturen sollte ein gewisses Ansprüche haben. Wo muss ich denn... Da kann ich nicht. Da muss ich... Achso, ich verstehe, okay. Dann bleib mal hier. Oh nein, 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 nein. Ja, okay, das hat nicht funktioniert. Ich habe das Ding geschoben. Ja, okay. Ja gut, da habe ich die Routen gerade ein bisschen doof platziert. Äh, das ist immer noch sehr, sehr frickelig. Aber... Naja, irgendwie müssen wir ja vorn, dass sie zum Stande kommen, ne? Sonst wäre es ja langweilig. Nein! Uh, Trottel! Nicht! Na, da gehen wir nicht lang. Da muss ich lang. Scheiße. Aber das sieht nach dem... nach dem Herzen aus. Okay, da müssen wir timen. Ich glaube, am einfachsten... Oh! Quatsch! Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Ah, okay. Ein bisschen Schiss, dass sie, äh... dass diese Giftkäfer hier doch... Okay, er bleibt da gerade stehen. Irgendwie funktioniert das. Warten wir einfach mal die nächste... in den nächsten Spitze ab. Ja. Ah, close enough. Nein, nein, was macht ihr denn? Oh. Oh, close enough. Okay, wir verlegen gerade richtig Leute. Das hat er gerade einfach durchgelaufen. Das ist einfach durchgelaufen. Okay, wir haben noch acht Braune. Wir haben gerade so ziemlich alles an Roten verloren. Das ist natürlich nicht gut. Aber ich glaube, da können wir... Hier können wir wieder aufstocken. Hervorant. Wie viel haben wir jetzt? Ich wollte mal ein bisschen... Ich habe mal ein bisschen, ähm... an der Verteilung der Schergen rumprobieren. Dieser Satz hat keinen Sinn gemacht. Ich wollte ein bisschen an der, an der... an der Verhältnis ein bisschen rumschrauben. Und... Ähm... Deswegen habe ich diesmal ein paar Rote mehr mitgenommen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Mal gucken. Mal gucken. Ach, bis dahin. Ja, super. die tummeln sich zwei gerade wieder irgendwo rum glaube ja es sind wir haben zwei wieder verloren das klappt wenigstens ganz gut naja meister das grüne ist mit den grünen wir brauchen es um weitere von ihnen herbeizurufen es leckt es ist eingefroren was passiert man spielt sie auf geht hallo ja gut kurze aufnahme pause ja das spielt sich kurz auf ging keine ahnung was da los war anscheinend anscheinend scheint es wieder zu laufen und wir machen weiter ja also ich habe jetzt ein paar grüne und noch ein paar rote mit weil ich keinen plan habe was uns erwarten wird aber allein schon weil wir glaube ich fast zehn stück brauchen um das ding anzuheben lieber noch einen mit ich glaube ich hätte mehr grüne mitnehmen müssen lasst alle grünen in dieses elende unkraut ausschärmen sie werden es beseitigen ok was machen wir doch mal folgendes ich bin dann erstmal da nehmen wir die grünen ich bin dann habe ich nämlich noch ein paar in reserve da muss ich jetzt wahrscheinlich müssen wir aufpassen aber wie sie ja gut ich hätte doch ein paar grüne mitnehmen können dass man ja vorher nicht das ist nämlich ganz cool in den grünen die haben jetzt so zu klingen an ihren armen so leicht assassin mäßig persönlich natürlich mehr cool und dann sind wir eigentlich hier schon fast draußen oder ja gehen muss tatsächlich ok gucken ob wir das sieht hier irgendwie noch sieht das irgendwie noch ein bisschen nach nach postkampf aus ich weiß zwar nicht von wem aber noch sein dass ich ein bisschen ein bisschen dark souls krank bin und meine maus hängt schon wieder ich kotze ja ok danke für gar nichts steuerung irgendwie haben wir einen roten auch wieder verbundet naja ok jetzt könnt ihr die fähigkeiten der grünen testen für uns ja Eine rote hängt da auch noch dran oder was? Ah, jetzt hat das okay. Die Fähigkeit der Grünen testen. Dann. Ein wilder Toll. Schnell formiert die Grünen hinter ihm. Sie metzern alles von hinten nieder. Niedermetzeln! Niedermetzeln! Meister, die Grünen wissen Disziplin zu schätzen. Wenn ihr sie an einem Sammelpunkt platziert, werden sie stärker und sind für Gegner nahezu unsichtbar. Abgesehen von dem Gestank nach verwesendem Fleisch und totem Fisch, natürlich. Ja, sie sehen nicht nur noch Assassinen aus. Sie sind auch Assassinen, womit sie ja eigentlich mein Lieblings-Trupp sein müssten. Aber ich glaube, tatsächlich waren sie dann später in der Umsetzung nicht mehr so stark. Aber ja, das kann auch meine Erinnerung sein, die sich da einfach trübt. Hä? So viel Loot? Ne. Ja, muss man halt, muss ich halt nicht mal gucken, wie ich das jetzt mit der Aufteilung mache. So einfach durch, da ich drei teilen kann ich glaube ich nicht mehr. Ja. Okay, die kommen. Sie brauchen nur ein bisschen. Na, wie siehst du jetzt aus? Okay, nicht, nicht viel anders. Ich glaube, die einzigen, die wirklich, ähm, spezifische Ausrüstung kriegen, sind die, sind die Brauen. Der Rest, die leiden sich einfach so nach und nach selber hoch. Und, und ja, genau, während die, die Brauen halt je nach Ausrüstung auch anders aussehen, ist das bei anderen glaube ich nicht so. Gut. Und, das ist erledigt, dann will ich ganz kurz, ähm, mein Team zusammenstellen. Und dann können wir nämlich weitergehen. So, wir haben hier 16 Leute. Also, das ist durch drei, nicht halber. Er werden fünf, für jeden praktisch. Und einen könnte ich, könnte ich sondieren. So, das heißt, sie sagen, erst mal 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, holt mir den Orb. Das ist nicht die richtige Richtung. Weil, weil wir wollen ja Oberon, glaube ich, wecken, war das, ne? Und, äh, vermöbeln. Ich kann aber auch keinen Wecken liegen lassen, ne? Das tut mir ein bisschen leid. Ja, okay, geht nicht. So, das heißt, wir können jetzt grünen. So, das heißt, wir können jetzt grünen. Äh, rückzogios. Oh. Ich dachte schon. Ich trau diesen ganzen Klanzen irgendwie nicht so. So, war auch da. Hier immer noch Ops. Neidstoff nicht innen. Hä, ne, ins Wasser laufen, Jungs. Das, äh, bekommt euch nämlich nicht.